Wo wollen wir hin? Willst du direkt da oben hin wieder? Ich wollt nach oben, ja. Direkt mit den neuen Kostümen hier, direkt am Start. Die Gummibärmbande ist wieder am Start. Ey, weißt du, was geil wäre? Wenn es eigentlich verschiedene Farben geben würde, ne? So gelb, grün, blau oder so. Das wäre voll geil. Meinst du, es kommt noch? Ich würde mich darüber freuen. Vielleicht, wenn das Event halt vorbei ist. Aber dass er genau in rosa kommt, so wie unsere Lieblingsfarbe ist, ist eigentlich schon chillig. Ist eigentlich gut gemacht. Deswegen haben wir uns nicht halt gekauft, ne? Ja, Mann. Ich habe mir den jetzt gerade auch gekauft. Gerade eben. Habe mal schnell Geld aufgeladen, schnell geholt. Deswegen ein chilliges Live-Kommentary mit der Gummibärmbande hier. Die hat auch drei verschiedene Knöpfe am Hinterkopf. Einmal zum Ausschalten, einmal zum Essen, wie so eine Babyborn. Siehst du es jetzt auch, ne? Hast du jetzt drauf geachtet? Ich habe halt immer schon, ich habe schon am Anfang angesehen, der hat halt da seine Knöpfe, ne? Aber so, der eine ist zum Essen, der andere ist zum Schlafen gehen, der andere ist zum Pippi machen. Jawohl. Richtig chillig. So, Shotgun. Direkt schon am Start. Geil wäre es, wenn wir eine SGH oder direkt am Anfang finden. So, Moni. Hier ist kein Gegner, ne? Wir sind alleine gelandet, glaube ich. Lass alles looten, wie es geht. Ich habe das jetzt auch gar nicht. Ja, schön, nice, gute Waffe. Ich habe, äh, Burst. Ich habe normale M16. Grüne? Ne, normale. Gewöhnlich. Können wir tauschen? Ich mag M16 mehr als Burst. Oh my God. Der Loot heftig. Der ist heftig. Ich habe Sniper auch noch. So. Digger, der, das Kostüm. Das sieht heftig aus nice, man. Freut mich. Freut mich richtig. Noch mal eine Kiste gefunden. Schlimmes Denk. So, nochmal hier aufmachen. Zack, zack, zack. Moni aufnehmen. Zack. So. Was habe ich gesagt? SGH, Bruder. Ich gehe los. Komm mal her, blauer M16. SGH und blauer M16. Blauer M16 hast du schon? Ja. Nice. Nein, aus meiner Kiste bekommen und schlusshaft. Digger, direkt. Ich sage noch geil, wir Rauchgranaten sind auch hier. Ich sage gerade eben noch geil, wäre es, wenn wir SGH haben, ne? Direkt SGH. Ich, ne, ohne Witz. Das ist so ein Urrum-Lehm, ne? Das glaubt ihr mir nicht. Wir können Double Pumpkin Action machen. Ich habe diese normale Schrotze jetzt ganz schön liebgewonnen in den letzten zwei Tagen. Ich weiß gar nicht warum. Was hast du? So ein normaler Shotgun, die Pumpgun, bin ich ganz schön liebgewonnen in den letzten paar Tagen. Also in den letzten zwei Tagen habe ich die ständig benutzt und habe mich voll mit der angefreundet. Die ist ja auch geil, wenn man mit der umgehen kann. Man muss halt nur, aber es ist halt schwer, wenn man in der Luft springt und dennoch aimt da nebenbei. Das ist besonders schwer. Ja, aber die macht doch schon Schaden. Die ist auch relativ präzise. Hat aber dafür weniger Schuss. Und irgendwie, die turnt irgendwie. So. Ich habe direkt Moni alles aufgehoben. Nice. Brauchst du noch etwas? Also einen Schlürfdrang kannst du nicht, oder? Noch einen einzelnen? Das wäre nice. Ich habe einen Schlürfdrang, oder? Ah, ich habe, okay, ich habe drei kleine selber gefunden. Alles gut. Also du brauchst jetzt, oh, du bist voll, okay. Meinst du jetzt, ähm, die Schlürf-Säfte, die pinken, oder meinst du jetzt wirklich die kleinen, äh, Mana? Die kleinen habe ich jetzt genommen. Ich habe jetzt, die kleinen habe ich jetzt genommen. Also blau im 16 hast du, ne? Du brauchst nicht hochgehen, Digga, das ist leer. Ja, ich weiß. Deswegen jump ich hier nur so ein bisschen rum, so. Gucken. So, aber ganz ehrlich. Ganz ehrlich, aber ganz ehrlich, ja, herzlich. Komm, einmal tanzen. Boah, das war verdrückt. Ja, spiegelverkehrt, genau so wollen wir das. Ey, durst du? So, langsam losgehen hier. Jawohl, brauchen wir auch immer noch Materialien. Nein, ich habe schon Holz 100. Also, wenn wir zwischendurch einen Gegner finden, können wir den ja abknallen. Ich hoffe, die schwitzen jetzt nicht so hart, ne? Das ist richtig eklig. Erkennst du aber die ganzen Fortnite-Spieler noch nicht. Ja, 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 ich weiß. Auf dem PC kann man schneller bauen. Hier ist noch eine Kiste. Dann nimm dir mit, ich snack mir den Baum. Da hängt nämlich einen Apfel dran. Das snacken wir. Der Bär hat Hunger. Okay, wieder Granaten. Ja, die Granaten können wir mitnehmen. Okay, jetzt kommt die Zone langsam. Jetzt müssen wir langsam uns vorbereiten. Ja, aber das schaffen wir. Wir haben drei Minuten. Ja, natürlich. Aber lass uns versuchen, nicht so weit auseinander zu gehen, ne? Ich vergessen. Dann halt einfach nur ein paar Bäume halt hier. Ja, ja, ich weiß. Alles gut. Nur bei dem Kostüm ist halt der Nachteil, dass man, glaube ich, besser gesehen wird. Ja. Man sieht. Also, ich selber habe das Gefühl, ich werde relativ schnell gesehen. Auf offenen Feld oder wenn ich geduckt bin. Ich werde sehr schnell gesehen. Ja, ja, wir können uns ja im Gebüsch verstecken. Aber dafür finde ich das Kostüm einfach echt chillig. Ja, selber im Gebüsch, wenn du das Kostüm anhastst, bist du halt echt unsichtbar gefühlt. Kein Scheiß. Guck mal, sieht man mich? Ne, ne? Nur meine Stromhacke. Ah, du bist da hinten. Ja, okay. Ich sehe dich gerade gar nicht. Du bist voll weit jacked. Du bist voll weit jacked. Weil ich ein Madkit gesehen habe. Madkit hat angetan. Na, ich hoffe, du hast mitgenommen. Ich habe es jetzt gerade, ja. Nice. Ich habe es auch nochmal durch eine Kiste. GG auf jeden Fall. Na, Angst. Äh, ist gar, ne? In der Mitte von der Insel. Da liegt was Liedernes. Ne, das ist ein Shotgun. Das ist ein Schotti. Wenn du die haben möchtest, kannst du den nehmen. Will ich auch haben. Ich will Double Pump. Oh, hier ist noch eine Kiste. Nice. Oh mein Gott. Wo wir gerade von dem Buschkostüm reden, oder? Ja. Aber das brauchst du ja eh nicht. Obwohl, ziehe ich das jetzt echt an. Naja. Okay, wir können los. Komm, komm, komm. Lass hier außen rum. Ist besser. Als jetzt hier mitten durch die Insel. Ich will gerne mal wissen, wo die Gegner sind. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen gesehen, ne? Mal ohne Witz jetzt. Oh ja. Bis jetzt noch gar nicht. Aber es sind einfach schon... Guck mal, über die Hälfte schon gestorben. Knapp 70 Mann sind schon tot. Löschst du? Ich habe nur 200 Holz, ja. Ich habe auch nicht mehr. Ich habe sogar weniger als 200. Deswegen müssen wir auf jeden Fall mal die Bäume, oder die Steine auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich habe benutzt, ich hole auch relativ oft jetzt auch Stein, weil die Sammeln ist eigentlich auch relativ fix. Wenn ihr immer mal wieder ein paar mitnimmst. So im Gunfight sammelst du siehst, ne? So nebenbei. Und mal ein Gunfight. Klar. Ne, Stein ist ganz nützlich, aber Metall ist halt, machst du das mal nicht, nebenbei. Ja, Metall machst du echt auch wenig. Also Metall kannst du gar nicht bauen. Das farmst du immer von anderen. Lass mal nach hier um, hier hoch, 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 um die Bäume zu fällen. Wir laufen, eklig. Oh, wir müssen sogar weitlaufen. Selber wohl immer nur von Gegend an. Also ich habe genug Holz, ich laufe jetzt schon mal los. Ich habe 300 und 200 Steine. Ja, reicht. Ich will nicht wieder diesen Bug haben mit diesem Bohnen. Hast du den Bug auch schon gehabt mit der Treppe? Und dann hat er so eine Platte gebaut auf dem Boden? Richtig eklig. Läufst du neben dir? Nee, noch gar nicht. Ja, ich bin neben dir. Das gehst du. Dann gönn dir. Mini-Shit-Trenker. Okay, komm. Ich will, dass wir die Gegner sind. Komm, wir wollen gewinnen. Wir wollen jetzt den Sieg. Digga. Machst du das wenigstens nicht vor dem Gunfight. Das ist richtig eklig. Oh, das wäre richtig ekelhaft. Nein, ich mache den natürlich nur auf offenen Feldern. Wie viel Sturmgewehr, Muni, hast du nur? 100. Auf die Muni genau. Warte. Lass mal aufteilen hier. Dankeschön. Jetzt habe ich 93. Du hast wahrscheinlich mehr, oder? 163. 163? Ja. Bro, ich habe nur 93. Teil mal auf. Bro. Jetzt habe ich nur 97. Und ich 159. Ja, wir können es jetzt weitermachen, bis einer... Egal, wir finden, glaube ich, eh gleich einen Gegner. Also, ich hoffe es. Wir laufen jetzt schon... Ich weiß nicht. Wir haben jetzt noch keinen einzigen Gegner gesehen. Aber und? Warte mal, Jimmerganz. Relax kurz deinen Nugget. Weil hier liegt nämlich meine... Schönen die Nuggets. ...nicht der SKA. So. Oh, hier geht es ja tief runter. Nach 25 Mann. Ja, und zwei sind wir davon. Die Gummibärbande. Hier ist gar nichts drin. Wir gehen auf jeden Fall nicht zu Loot Drop. Scheiß mal drauf. Doch, hier sind... Verbände... Nee, Metall. Ah, egal. Nee, zum Ballon würde ich jetzt sowieso nicht gehen. Nee, nee. Lötet sich nicht. Können wir schief gehen. Lass uns nicht versuchen. Digga, wenn einer niedergestreckt ist, lass uns erst den nächsten Gegner holen. Statt den niedergestreckten... Links wurde gebaut. Oh. Statt den... Ja, ich sehe es. Statt den niedergestreckten jetzt umzubringen. Lass erst den anderen dann noch umbringen. Natürlich. Okay, lass hier hoch, okay? Da liegen Waffen. Wo sind die? Links, 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 links. Hier hinter. Er ist... Er ist vorn schon. Oh mein Gott. Ah, hier unten. Oh nein. Nein, nein, nein. Ich hab einen. Nee, doch nicht, doch jetzt hör. Jetzt hör. Niedergestreckt. Der andere hat zwei Hits jetzt noch mal mit. Der müsste jetzt komplett tot sein. Warte. Ja, sauber. Nice. Hier runter, hier runter, hier runter. Nice. Pass auf. Nicht, dass... Keine Sklau oder irgendwas. Aber mir die Kälte mitnehmen. Ich brauch nochmal die Schildtränke. Brauchst du auch nochmal zwei? Ja, hier, nimm mal. Ja, ja, brauche ich eigentlich auch. Doch, legt er uns gar nicht. Hey, das ist meine. Okay. Da Gegner, 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 Gegner. Schnell, schnell, schnell. Frei dich. Ich hab die jetzt nicht genommen. Die sind genau vor uns. Oh, und noch von der Seite oder was? Wow. Einen hab ich. Den hab ich. Bei mir. Wo noch? Da. Bei NW. Ja, warte. Ich bin noch am Bauen. Dauerfeuer. Ist der hinter dem Baum? Ne, der ist... Der hat sich da... Ah, ist den. Genau. Also, ich versuche, ihn zu snipen, wenn es geht. Ich hoffe es. Warte, lass mich mal kurz wiederbeleben. Also, ein bisschen Medi-Cat. Warte noch ganz kurz, bitte, bitte. Ich will auch gerade Medi-Cat nehmen. Er kommt zu dir, er kommt zu dir, er kommt zu dir. Warte, ich komm. Ich stehe mit der Shotgun hier dran. Ich hab aufgehört. Naja, kommt hier, hier draußen, hier draußen. Ah, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ska, nimm dir, nimm dir. Goin, Ska, komm. Gönn dir, schnell. Oh, Bartan, dankeschön. Weiter, weiter, weiter. Wir müssen los. Oh, gleich gibt's einen anderen Bluten. Ich riech es. Hier gibt's nochmal Mini-Schildtränke. Lass uns die noch schnell gönnen. Hier ist nochmal eine Ska, Haufe. Also, die haben euch Gold. Ja. Oh, scheiße. Musst du die nur holen. Wir müssen hier weg. Holst du dir ganz schnell. Ganz schnelle Füße. Ich muss noch mein Leben aufpumpen. Dann hin. Komm, komm, komm. Hier, hier. Lass hier zusammenlaufen. Wir haben eigentlich genug Zeit. Wenn die Zone langsam ist, lass es nochmal heilen zwischendurch. Lade alles nach. Ja, die ist langsam, die ist langsam. Ja, dann lass nochmal heilen. Das habe ich. Okay. Ich hab noch drei. Also, wenn du was brauchst zwischendurch, spürt safe. Nee, du musst mir nur eins geben. Ich mach mir jetzt das Leben voll, wenn du ein 25er Schildtrank hast. Oder ein richtiger. Nein, lag da. Lag da gerade. Okay, hab ich jetzt nicht mitgenommen. Hier liegen sie noch. Okay. Will ich schnell holen? Nee. Ja, egal. Hier. Lass auf da hin. Ich hab jetzt noch einen und du hast noch einen. Okay, lass hier runter. Reicht. Komm. Hast du alles nachgenommen? Warte. Ja, alles nach. Ganz wichtig noch. Hab ich auch. Guck, dass die nicht auf den Berg schimmeln oder so. Oder von der Seite jetzt kommen. Oder hier unten im Häuschen sitzen. Ich hab jetzt noch keinen gesehen. Okay, hier drinnen keiner. Lass hier direkt hoch. Ich hab direkt 900 Holz, ne? Komm schnell hoch, bevor die hier. Ich hab auch 999. Ich kann sogar mit komplett Metall bauen. Weil ich hab so vier davon jetzt hab. Ich hab knapp 500. Ja, dann lass uns hier oben ein bisschen was bauen. Dann bauen wir jetzt einfach mal... Warte, hier, hier, hier oben. Okay. Genau hier. Können wir uns was bauen. Bau mal was Kleines. Kommt schnell, das muss schneller gehen. Okay, danke. Okay, hier können wir... Okay, danke. Das reicht vollkommen aus. Das ist halt auch relativ viel Leben. Ja, warte. Kommt keiner mal so schnell. Ich will nicht von hinten geholt werden. Weißt du, wie ich mein? Alles gut. Ich hab ein Dach gebaut. Das auch reicht. Da, da vorne, da vorne. Hier, hier. Ja, äh... SS. Er geht auf den Berg jetzt. Er geht auf den Berg. Nicht schießen direkt. Chillen. Lass mal spoten. Vor uns kommt jetzt genau ein Loot Drop. Ja, scheiß drauf auf den. Ja, ja. Ich wollt's nur gesagt haben. Links von uns auch einer. Wo genau? Äh... 155. Und vor uns. Sind zwei Stück insgesamt. Ja, da. Ich seh's. Die bauen da, ne? Ja, na. Bei 90 bauen sie jetzt so. Hm, ich seh's. Warte, ich snipe den ein. Willst du schon rüberlaufen? Ich könnte den eins snipen. Hab ihn angehittet. Okay, ich renn rüber. Warte, ich komm mit. Warte, warte, warte. Warte, Digga. Du musst warten, ne? Bitte. Ja. Lass uns das jetzt nicht verkacken. Ich hab genug gerade vorgebaut. Ich hoffe, die Kinder sind jetzt nicht so schnell mit. Okay, ich spray da ganz kurz. Oh mein Gott. Ist da keiner bei dir? Nein. Als ob. Digga. Als ob. Nein. Egal. Scheiße. Egal. Wie gesagt, es war eine echt gute Runde. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und Abo da. Vierter Platz ist, denke ich mal, in Ordnung. Wir werden's auf jeden Fall versuchen nochmal mit der Gummiweerbande. Demnächst mal. Ja, dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall bei Mavu vorbei. Der hat auch einen Kanal. Hat die 100 Zapps vor kurzem erreicht. Und ja, willst du noch was sagen? Nö, eigentlich gar nicht. Außer, hau da rein. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ciao. Ciao.